Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um Kryptos bzw. um Bitcoin. Das werde ich natürlich hier am häufigsten wieder aufzeigen, den Kursverlauf hierzu. Außerdem werde ich ein paar Werte aus der KI zeigen, denn unsere KI kann nicht nur Aktienmärkte, sondern auch Kryptos und möchte hier mal einen kleinen Einblick auch zu diesem Themengebiet geben. Außerdem habe ich einen Krypto-Report entworfen, den man kostenlos Ende kommender Woche in Discord herunterladen kann. Ich habe da noch ein bisschen was dran zu machen und muss noch ein paar Quellen angeben und dann sollte eigentlich der Report fertig sein und würde mich freuen, wenn ihn viele nutzen, denn ich glaube die Infos darin sind sehr wertvoll, sehr gut und einen Teil davon möchte ich heute auch aufzeigen und wünsche wie immer viel Vergnügen mit dem folgenden Video. Zunächst aber natürlich wie immer der Risikoinweis, alles was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte, es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich auch keine Haftung und kein Risiko. Zunächst schauen wir uns einfach nochmal fundamental das ganze Geschehen aktuell in der Wirtschaft an und hierzu habe ich einfach mal für Deutschland die Erzeugerpreise nochmal mitgebracht. Warum bringe ich die Erzeugerpreise nochmal mit? Ganz einfach, weil uns die Erzeugerpreise sagen, wie die Wirtschaft gerade ausgelastet ist, ob es da irgendwie Probleme gibt und man kann ja ganz deutlich erkennen, dass die Erzeugerpreise in den letzten Wochen und Monaten deutlich gesunken sind. Ich habe ja damals das Peak auch in einem anderen Video vorgestellt und habe darauf hingedeutet, dass es das unter Umständen sein könnte und wir jetzt wieder eine Preisentlastung sehen könnten. Und genauso ist es auch gekommen, die Preise sind nun im Fallen. Und warum sind die im Fallen? Ganz einfach, weil die Nachfrage deutlich eingebrochen ist. Und ja, das deutet weiterhin auf Rezession hin. Jetzt haben wir ja mittlerweile offiziell eigentlich schon die Rezession, aber von den Grünen wird die Rezession nicht als in der Rezession begleitet oder benannt, sondern man spricht ja dann von kurzfristigen Effekten und Möglichkeiten, die gar noch nicht wirklich eingetreten sind, sondern das ist ja alles, ja, falsche Darstellungen und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, bei der Rezession kann man nicht lügen, denn da gibt es einfach Definitionen dafür und die kann man mathematisch eben betrachten oder darstellen. Und da ist es einfach ganz klar, dass man mittlerweile offiziell eigentlich in der Rezession angekommen sind. Und da kann man normalerweise nicht mal mehr eigentlich dazu sagen, sondern es ist einfach so. Und es verdichtet sich immer mehr, dass die Wirtschaft gar nicht so gut dasteht, wie man eigentlich denkt. Und die Frage ist jetzt nur, wie wird sich das auf Bitcoin beziehungsweise auf die Kryptos auswirken? Und ich habe hier zwei Ansätze dabei und ja, das möchte ich ganz kurz erklären, wieso und warum. Ich habe hier mal Korrelation dargestellt und das bedeutet, ich habe mir einfach mal einen Bitcoin-Chart genommen und den habe ich überlagert mit dem S&P 500, also mit dem Aktienmarkt. Und beziehungsweise man könnte es auch mit einem neuen Markt machen, also mit der New York Stock Exchange beziehungsweise mit der Nasdaq halt. Und dann wird man sehen, egal eigentlich welchen Aktienmarkt ich da gerade rauspicke, dass wir derzeit, zumindest die letzten drei, vier Jahre, haben hier grundsätzlich eine positive Korrelation zum Kryptosektor. Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach, gehen wir davon aus, dass die Welt wirklich in eine Rezession abrutscht, also nicht nur Deutschland, sondern wirklich die ganze Welt. Was wird das wohl mit dem Aktienmarkt machen? Der Aktienmarkt wird vermutlich mit nach unten gerissen und positive Korrelation heißt, wenn der Aktienmarkt fällt, werden auch die Kryptos fallen. Es kann aber ein anderer Effekt eintreten, nämlich, dass die Kryptos als Art Safe Haven, also als Zufluchtsort dann betrachtet werden und dann ein richtiger Run erst recht bei abstürzenden Aktienmärkten eben hin zu den Kryptos stattfindet. Das lässt sich heute noch nicht sagen, was da am Ende dann überwiegen wird und in welche Richtung das dann das Pendel ausschlägt. Aktuell können wir nur sagen, anhand der aktuellen Zahlen, wir haben eine positive Korrelation. Das bedeutet, wenn der Aktienmarkt einbricht, werden vermutlich auch die Kryptos einbrechen. Das ist der aktuelle Stand. Das, wie gesagt, kann sich ändern. Bei einer absoluten Panik und bei absoluten Crashbewegungen ist es auch denkbar, dass es genau umgekehrt dann funktionieren wird und eben die Kryptos das Safe Haven werden, den sich ja viele versprechen oder erhoffen. Das schon mal dazu. Deswegen ist es so wichtig, eben zu verfolgen, ob wirklich die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht oder sich das noch weiter verschlechtert und die Wirtschaft förmlich einbricht. Es gibt einige Indizien dafür, dass wir in den nächsten zwölf Monaten eine deutliche Abkühlung nochmal sehen werden beziehungsweise wirklich eine extreme Abschwächung eben in der Wirtschaft und damit vermutlich auch fallende Aktienkurse. Das wird eben dann in dem Report, den ich in Discord einstelle, eben dann ein bisschen ausführlicher dargelegt und das mit vielen Grafiken untermalt. An der Stelle möchte ich es aber belassen und möchte stattdessen jetzt einfach mal auf den Trend eingehen. Ich habe hier einfach mal Bitcoin genommen und jetzt schauen wir uns einfach mal an, ob Bitcoin, und er ist stellvertretend für mich für den Kryptosektor, sich immer noch in einem Aufwärtstrend befindet. Und das kann man ganz einfach mit so einem Indikator, den ich hier reingelegt habe. Der macht ja immer wieder Long-Signale her. Und grundsätzlich, wenn der Kurs über der grünen Linie ist, bedeutet das erstmal für mich Long. Wenn es unter der roten Linie verläuft, dann bedeutet das erstmal Short für mich, beziehungsweise fallender Markt. Und hier sehen wir, dass wir noch ganz knapp eben uns in einem positiven Segment befinden und hier eben immer noch ein Aufwärtstrend vorherrscht. Das heißt, alles was hier gerade nach unten geht, also eine Korrektur eingeleitet wird, kann bedeuten, dass das eben wirklich nur eine Korrektur ist. Und im Anschluss geht es gleich wieder weiter nach oben. Was ein bisschen dagegen spricht, ist einer meiner absoluten Lieblingsindikatoren. Den habe ich auch mitgebracht. Wer oder was das genau ist, das erfährt man bei mir, wenn man Kurse besucht und belegt. Oder wenn ich irgendwo mal einen Vortrag halte, bei Börsenvereinen oder dergleichen. Und da zeige ich sowas auf. Der Indikator ist wirklich sehr, 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 sehr gut in meinen Augen, beziehungsweise wirklich super. Und den gibt es nämlich schon sehr, sehr lange. Seit Anbeginn eben der Krypto-Szene. Und der ist mir immer aufgefallen, dass der ganz gute Indikatoren oder ganz gute Signale abschmeißt. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn der da oben meine rot eingezeichnete Linie erreicht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Kryptosektor, beziehungsweise in dem Fall Bitcoin, eben extrem heiß gelaufen ist und es im Anschluss zu einer Korrektur kommen sollte. Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, wie man sieht. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es auch diesmal wieder ganz gut funktioniert. Und wir haben hier einen höchsten Wert, der je erreicht wurde. Und das gibt mir ein bisschen zu bedenken, weil der Indikator vor allem fundamental berechnet wird. Der wird nicht irgendwie bloß auf den Kurs berechnet, sondern der hat wirklich eine Berechtigung beziehungsweise eine fundamentale Sichtweise auf das Ganze. Und es kann natürlich hier nochmal eine weitere Anstiegswelle kommen. Das haben wir zum Beispiel auch hier damals gesehen. Hier ging es dann nochmal nach oben, aber im Anschluss eben deutlich nach unten. Er weist mich eben darauf hin, dass der Markt hier kurzfristig definitiv überhitzt ist. Und selbst wenn hier nochmal eine Welle kommt, ich gehe mal davon aus, das war es dann wirklich. Und dann kommt erstmal nochmal der Absturz. Wie weit der Absturz dann geht, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube nämlich schon, dass wir hier nämlich einen Tief markiert haben im Kryptosektor, im Kryptomarkt und der nachhaltig eigentlich sein sollte. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die Bewegung jetzt nicht mehr unter das letzte Tief geht. Aber das wird man dann erst sehen, wenn es soweit ist. Fakt ist, ich würde aktuell eher die Füße ein bisschen stillhalten im Kryptosektor und eher an keine Käufe denken. Man muss ja nicht verkaufen, aber vielleicht jetzt gerade nicht nachkaufen, denn ich kann mir vorstellen, dass es hier nochmal tiefere Kurse geben wird. Ab wann kann man vielleicht den Einstieg suchen? Und hierfür habe ich einfach mal ein Seasonal-Tool mitgebracht, das ich ganz gerne nutze. Wir haben ja da auch eine eigene Software dazu entwickelt. Und Mitte Juni eben haben wir einen Tief klassischerweise im Kryptosektor und dann nochmal Mitte Juli. Und ich kann mir vorstellen, dass wir mindestens noch bis Mitte Juni fallen, wenn nicht sogar bis Mitte Juli. Und im Anschluss gibt es eben dann wieder eine größere Aufwärtsbewegung. Eine wirklich große Aufwärtsbewegung gibt es aber erst, ja so ab Mitte September. Hier ist eine ganz lange Spanne, eine ganz lange Bewegung, die wir nach oben sehen. Aber dennoch finde ich natürlich die zwei Tiefs auch schon sehr interessant für neue Käufe. Und kann mir vorstellen, dass bis dahin vielleicht der Markt auch korrigiert ist. Außerdem habe ich mal ein sogenanntes Stärke-Ranking dabei. Das ist eine Technik, die wir nutzen. Und wir gucken uns praktisch Werte aus dem Sektor an. Und hier sind auch Aktien mit dabei, denn die Aktien gehören sich für mich heute mit zum Kryptosektor dazu. Nvidia ist ja hier ganz wichtig oder AMD auch. Und hier habe ich einfach mal von den großen Big Playern einfach mal die größten Werte aufgelistet, die Top 4. Das heißt Nvidia, AMD, IOTA sogar zur Zeit und Ripple. Und die haben bei mir eben das höchste Ranking. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich nach der Strategie hier anlege und investiere, gehe ich davon aus, wenn hier so ein hoher Wert erreicht wird, dass dieser Wert oder diese Aktie auch in Zukunft weiter outperformen wird und eben der Trend sich fortsetzt und zwar positiv fortsetzt. Und das ist der Hintergrund daraus. Und dann schaue ich mir eben die Liste an. Ich nehme da in der Regel eigentlich die Top 10 und dann schaue ich mir eben die interessantesten Werte aus der Top 10 an und investiere dann in diese Werte langfristig. Ich habe hier einfach mal die Top 4 mitgebracht. Später, wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche bekommt jeder dann die Top 10 und kann sich dann einfach mal anschauen, was da vielleicht für Werte dabei sind, die aktuell interessant sind. Das sind auf jeden Fall aktuell die Top 4 und die sind schon wirklich sehr interessant. Also wer in den Sektor aktuell schon investieren will, auch mit dem Hinweis von vorhin, dass vielleicht hier eine Korrektur anstehen könnte, der kann sich mal die vier Werte näher anschauen und vielleicht ist ja der ein oder andere Wert für einen dabei. Ich habe aber auch mal oder wir haben auch mal die KI angeschmissen und Patrick hat mal die KI durchrattern lassen und hat einige interessante Werte rausgefiltert. Das hat jetzt eher wieder, wie gesagt, Aktiensektor was zu tun und wir haben uns einfach mal die Aktien angeschaut, die eben mit dem Kryptosektor verbunden sind und ob es hier vielleicht in kommender Zeit oder demnächst mal interessante Gelegenheiten gibt. Und hier stehen die Zeichen eindeutig auf Verkauf. Wir haben hier vier Werte rausgepickt. Das wäre einmal AMD, Broadcom, Camtech und Intel und alle sind interessante Short-Kandidaten ab dem 6.6. rum. Das kann man sich ja dann mal ein bisschen näher anschauen. Ob es dann so kommt, wird man sehen. Auf jeden Fall sagt unsere KI, dass das interessante Short-Kandidaten sind und wir denken, das könnte ab dem 6.6. rum eben der Fall sein. Schauen wir mal, ob dann noch irgendwann mal weitere Signale hinzukommen. Beim GCI zum Beispiel hätten wir gerne noch ein bisschen mehr Signale beziehungsweise ein deutlicheres Signal und vielleicht entsteht das im Laufe der kommenden Woche noch und dann wäre natürlich dieses Verkaufssignal noch klarer und deutlicher. Aktuell ist das noch nicht der Fall, aber vielleicht kommt es ja eben noch dazu. Und das sind nichtsdestotrotz gerade vier sehr spannende Werte, die wir eben verfolgen und vielleicht demnächst mal einen kleinen Short versuchen. Das war es auch schon wieder mit dem Bereich Krypto. Kurz zusammengefasst, ich gehe davon aus, die Kryptos befinden sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend wieder, aber kurzfristig kann ich mir eben noch ein weiteres Korrekturpotenzial eben vorstellen. Ich denke, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist und wir noch nicht einen neuen Einstiegsbereich erreicht haben, wenn man so will. Und man muss außerdem jetzt ein bisschen beobachten, was die Wirtschaft macht, da wir aktuell positiv mit dem Aktienmarkt korrelieren im Kryptosektor. Und es kann natürlich nicht so schönes Erwachen geben, sollte wirklich der Aktienmarkt einstürzen, soll es hier zu einem Crash kommen, dann kann es unter Umständen eben die Kryptos auch deutlich mit nach unten ziehen. Aber das muss man mal abwarten, wie das am Ende wird. Meine Prognose aktuell kurzfristig, short, aber mittelfristig für alle Langfristinvestoren, glaube ich, sind wir bereits am Boden angekommen. Das war es wieder mit dem Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.